Ivar Trykve Norwe ist ein norwegischer Schauspieler, Werdegang. Norwe nahm ein Schauspielstudium an der Royal Academy of Dramatic Art in London auf und ging anschließend zu einer Schauspielschule in Chicago. Er debütierte 1968 am Rogaland Tita und war dort bis 1970 sowie von 1984 bis 1985 als Theaterschauspieler tätig. Am Osloer Nationaltheatret wirkte er von 1970 bis 1972 und von 1972 war er auch am Oslo Night Tita tätig. Bis zum heutigen Tag hat er in einer großen Zahl von Theateraufführungen an verschiedenen Theatern in Norwegen als Schauspieler mitgewirkt. Norwe war er auch als Synchronsprecher für verschiedene Zeichentrick- und Kinderfilme tätig wie ZB, bei Asterix Filmen, Fred Feuerstein und Winnie Putrick Filmen sowie Tegas großes Abenteuer USW tätig. Auch außerhalb des Theaters und der Filmsynchronisation war Norwe noch an mehreren norwegischen Film- und Fernsehproduktionen als Filmschauspieler tätig. Sein Debüt im Film hatte er 1974 in Kimmen als Ivar. Weitere bekannte Auftritte im Film hatte er 1994 in Überstorch und Stein und 2003 in Die Tote am See. In der norwegischen Fernsehen wirkte er in der Seifenoper Offshore vom NRK mit und hatte auch die Hauptrolle in der Dramaserie Soria Moria des gleichen Senders. Des Weiteren trat er in der norwegischen Olsenbande auf, so unter anderem in der Rolle des Hallensen. Auch in der folgenden Prequel-Fortsetzung der Olsenbande-Junior-Filmreihe spielte er ebenfalls in mehreren Folgen mit. Filmografie Filmografie Filmografie